Riesige Flatscreens, Konsolen für tausende Euros, dutzende Gamer und das alles im Ace Club. Hört sich ungewohnt an. Das war das FIFA 16 Turnier von gamersdistrict.de, unterstützt von Move36. Also kurz gesagt, das ging von Anfang vom Wohnzimmer los und letztendlich sind wir froh, hier stehen zu können, eine Veranstaltung in der Größenordnung mit über 100 Spielern und mit Gästen 150 Leuten veranstalten zu dürfen. Also wir wollten dieses Mal echt unser absolutes Highlight machen mit über 60 Teams. Wir haben es nur auf, in Anführungszeichen, nur auf 44 Anmeldungen geschafft. Ich sage jetzt mal, der Zeitpunkt war vielleicht nicht ganz so günstig gelegt, aber letztendlich die Spieler, die da sind, sind sehr, sehr viele Bekannte, die bei den vorherigen Turnieren da mitgespielt haben. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde es auch super, dass hier so viele Leute dann gekommen sind, wir hier das alles so veranstalten dürfen. Ich bin wirklich froh, dass es auch allen anderen Spaß macht, was man jetzt so hört. Von daher auf jeden Fall finde ich es gelungen und nächstes Mal auf jeden Fall wieder. Ja, es ist ganz cool hier, viele Leute da. Hast du schon gewonnen heute? Nee, zwei unentschieden. Aber läuft, läuft. Gut gespielt haben wir. Bis zum nächsten Mal.